Für die CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, Frau Bratner, ein bisschen Euphorie, das müssen Sie uns heute schon gönnen, zu Recht. Sie haben ja Ihre heimliche Liebe zur Großen Koalition in der Bekleidung ausgedrückt mit schwarz und rot. Aber ein bisschen Grün ist ja bei Ihnen noch übergeblieben. Nein, ich glaube, das ist nochmal wichtig, eins am Anfang einer Haushaltsdebatte zu sagen, die eigentlich wesentliche Botschaft für die Nachkommenden, für die Kinder und Jugendlichen ist, dass wir keine neuen Schulden machen. Das ist das beste Ergebnis für die Kinder und Jugendlichen, dass wir uns damit Handlungsspielräume eröffnen und auch Gestaltungsspielräume. Denn Familienpolitik muss sich weiterentwickeln, weil sie die Familien weiterentwickeln, weil die Vielfalt der Familien sich ändert. Und deswegen brauchen wir dringend Gestaltungsspielräume im Großen. Ich darf nur daran erinnern, wir haben jetzt nochmal 6,4 Milliarden Elterngeld, das heißt also nochmal 400 Millionen mehr. Das Geld muss auch da sein. Und das sind die kleinen Punkte, die wichtig sind, die gerade jetzt, ich gucke unseren Haushaltspolitiker Alois Reine an, die wir durchgesetzt haben, weil uns gewisse kleinere Themen auch wichtig sind. Diesen Gestaltungsspielraum müssen wir uns erhalten. Und dafür ist eine Neuverschuldung von Null richtig und wichtig. Und weil alle irgendwelche Zahlen präsentieren, tue ich das auch ganz gerne. Wir haben schon die Erhöhung angesprochen. 420 Millionen Euro mehr als 2016, 327 Millionen Euro mehr als in einem Wurf. Da haben wir gut nachverhandelt mit 9,5 Milliarden. Und wenn ich zurückschaue, 2005 hatten wir 4,5 Milliarden im Haushalt. Wir haben den Haushalt mehr als verdoppelt. Das heißt nicht, das heißt natürlich nicht, dass nur Geld zählt. Nein, aber wir haben auch spezifiziert. Und wir sind genauer, zielgenauer bei den Maßnahmen. Wir schauen, was brauchen Familien an mehr an Freiheit. Dass wir sagen, das Elterngeld war eine zentrale Maßnahme, die zielgenau ist. Kommen wir nachher nochmal zum Unterhaltsvorschuss. Ja, wunderlich, keine Angst, ich habe Sie nicht vergessen. Aber ich glaube, wichtig ist nochmal die Botschaft, dass wir hier in der Großen Koalition es in diesem Haushalt darstellen können. Dass wir Teilhabe, dass wir Selbstständigkeit der Familien stärken können. Die Entfaltung ihrer Fähigkeiten. Und das war immer vor dem Hintergrund, dass wir sagen, die Freiheit der Familie muss gewährleistet sein. Wir, der Nachtwächterstaat, der Staat muss dann eingreifen, wenn es notwendig ist. Aber im Kern müssen wir Familien in ihrer Freiheit stärken. Und das heißt, wir brauchen eine gerechte und auch solidarische Gesellschaft. Und da bin ich schon bei der Zielgenauigkeit und bei der Frage von Gerechtigkeit und auch von Solidarität. Und da ist es immer so gewesen, Herr Wunderlich, dass wir als Union gesagt haben, CDU und CSU haben ja schon vor Jahren die Beschlüsse gehabt auf den Parteitank, der Unterhaltsvorschuss muss ausgeweitet werden. Dazu stehen wir auch heute ganz klar, weil das für uns ein wichtiges Thema ist. Weil es gesellschaftlich tatsächlich auch für uns ein Skandal ist, dass über 70 Prozent der Partner, in der Regel der Männer, sich aus dem Staub machen und nicht für den Unterhalt ihrer Kinder aufkommen. Daran müssen wir arbeiten. Wir müssen daran arbeiten, das wurde angesprochen, die Rückholquote zu erhöhen. Es ist auch ein Skandal, dass wir zwischen 11 und 36 Prozent bei der Rückholquote liegen. Auch daran muss gearbeitet werden. Das werden wir auch tun. Aber Herr Wunderlich, und jetzt reden wir mal über Politikverdrossenheit in diesem Land. Wenn Sie uns hier erklären, das wäre doch ganz einfach, man muss doch nur statt 12, oder man streicht 12 und setzt 18. Nein, Politik ist etwas komplexer. Und dann sage ich Ihnen das mal ganz deutlich. Sie sehen die begeisterten Ländervertreter. Tatsächlich richtig ist ja, dass es einen Koalitionsausschuss gab und einen Beschluss der Länder mit dem Bund gab, dass wir den Unterhaltsausschuss ausweiten. Deswegen stehen die Länder genauso nach Verantwortung wie der Bund. Aber eins ist uns auch wichtig. Was ich nicht möchte, was wir nicht wollen, es wurde angesprochen mit dem Begriff der Erwartungshaltung, dass dann irgendwann die Mitarbeiter im Jugendamt sagen, ich habe jetzt, Frau Brandner, wenn es nicht die doppelte Zahl ist, aber ich habe eine deutlich erhöhte Zahl von Anträgen abzuarbeiten, dass ein schlecht gelaunter Mitarbeiter eines Jugendamtes einer mit einer Erwartungshaltung ausgestatteten Alleinerziehenden sagen muss, bis da ein Antrag bearbeitet ist, dauert das vielleicht zwei, drei oder vier Monate. Dann kommt eine Stimmungslage auf. Dann heißt es nämlich, die da in Berlin, die da, die haben groß angekündigt, aber um die Umsetzung haben sie sich nicht gekümmert. Deswegen ist es wichtig, dass wir bei diesen guten und richtigen Dingen auch klare Strukturen schaffen und auch in der Umsetzung die Dinge vorbereiten, in der Finanzierung wie in der Umsetzung. Und deswegen ist uns am Ergebnis eins wichtig. Das wird kommen. Und bei allem Respekt, Arnus Rhein hat nie gesagt, dass es sozusagen nicht zum 1.1. kommt. Aber es kann durchaus auch dann nachgezahlt werden. Das ist uns wichtig. Aber wir müssen auch sehen, dass die Kommunen in der Lage sind, dieses umzusetzen. Und darauf werden wir tunlichst achten. Und wir werden sagen, dann auch bitten die Länder jetzt bei den nächsten Gesprächen auch ihre Angebote zu machen. Ich weiß ja nicht, was Thüringen so empfohlen hat. Ich weiß ja nicht, was Thüringen hätte schon lange den Unterhaltsvorschuss von sich aus auch ausweiten können. Weiß ich nicht, warum es nicht passiert ist. Aber das interpretieren Sie mal. Dann zur Frage auch, und das fände ich schon einen Vorwurf, der sehr skandalös ist, dass wir, wir gemeint CDU, CSU und auch die Große Koalition nichts für Alleinerziehende tun. Allein der Ausbau der Kindertagesbetreuung ist ein zentraler Punkt für die Alleinerziehenden. Weil damit schaffen wir für sie auch die Möglichkeit, wieder in die Erwerbstätigkeit zu kommen. Dann haben wir den Entlastungsbeitrag ausgeweitet, deutlich ausgeweitet. Das kam zu spät, zehn Jahre zu spät, sicherlich richtig. Aber die Erhöhung von 1.308 Euro auf 1.908 Euro war ein richtiges und wichtiges Signal in dem Zusammenhang. Das heißt, wir kümmern uns um die Familien. Und ich will das ausdrücklich noch mal betonen. Dabei diskutieren wir nicht darüber, wie die Familien leben. Diejenigen, die morgens aufstehen, ihre Kinder in die Kita bringen, in die Schule bringen, den ganzen Tag hart arbeiten, ihre Kinder abholen, sich um ihre Kinder kümmern. Und dann möglicherweise noch ehrenamtlich beim Fußballverein oder bei der Flüchtlingshilfe aktiv sind. Das sind die Menschen, für die wir Politik machen. Das sind die Familien, die wir stärken. Und ob die verheiratet sind, alleinerziehend sind oder ohne Trauschein zusammenlegen, ist dann nicht die erste Kategorie. Sondern es geht darum, die zu stärken, die etwas für Kinder tun und für diese Gesellschaft tun. Und der Haushalt spiegelt das auch deutlich wider. Und ein Hauptpunkt ist natürlich das Elterngeld. Das ist eine Erfolgsgeschichte, tatsächlich jetzt mit 6,4 Milliarden Euro, noch mal 400 Millionen mehr, viel, viel Geld. Aber das Ergebnis ist auch eine durchaus positive Annahme. Dass der Staatssekretär im Finanzministerium dann immer unterschreiben muss, wenn wieder sozusagen ein bisschen mehr gefordert wird, macht uns sehr glücklich. Weil das heißt ja, wir kriegen mehr Kinder. Nicht wir, aber die Gesellschaft kriegt mehr Kinder. Und das war ja auch ein Punkt in Deutschland, der uns immer wichtig war. Ich will noch auf zwei, drei kleinere und wichtigere Punkte kommen. Elterngeld, Elterngeld Plus auf der einen Seite. Aber auch, ich erinnere nur an das Programm Kita Plus. Immer ein Problem war, dass viele Eltern gesagt haben, gerade die im Schichtdienst sind, ja, wie soll ich denn abends, wie soll ich das vereinbaren? Ein Polizist, der hat Schichtdienst. Und mit diesem Programm Kita Plus sagen wir auch ganz deutlich, ja, wir hören eure, sozusagen wir wissen, wo eure Probleme sind. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, punktuell, temporär sozusagen, auch bei der Kindertagesbetreuung, dass es einen Ausbau gibt. Ich glaube, das war auch eine richtig wichtige Geschichte mit Blick in die Zukunft. Und dann wird sich Politik verändern müssen, auch weiter in der Familienpolitik verändern müssen. Die Themen sind, wie können wir Familien mit Kindern stärken, steuerrechtlicher Art, bei der Frage auch der Zielgenauigkeit von Leistungen. Wir müssen uns die Effizienz der Leistungen angucken. Auch das wird eine Aufgabe der nächsten Jahre sein. Schnittstellenproblematik. Wir haben, wie Sie wissen, deutlich über 156 Familien- und ehepolitische Leistungen. Da wird man mal fragen müssen, welche Leistung hat eigentlich welchen Mehrwert? Wo kommt das Geld zielgenau an? Beim Unterhaltsvorschuss habe ich es gesagt, das ist eine der zielgenausten Leistungen, die es gibt. Aber auch andere müssen überprüft werden. Und dann werden wir uns Gedanken machen, was Familien noch für eine Erwartungshaltung haben. Selbstgenutzte Wohnimmobilie als Beispiel. Nicht nur unter dem Gesichtspunkt, dass wir sagen, das ist für Familien gut, sondern auch mit Blick auf die Alterssicherung, wäre es denkbar oder ist es denkbar, dass wir hier noch weitere Dinge entwickeln. Dann zur Frage noch mal mehr Geld, mehr Gelder auch für die Jugend und Prävention. Tatsächlich richtig ist es, dass wir negativ wahrgenommen haben, dass wir bei der Vorlage des von der Bundesregierung eingebrachten Haushaltsentwurfes gewisse Dinge nicht wiedergefunden haben, die wir klar auch adressiert hatten vorher, dass sie für uns wichtig sind. Jugendverbandsarbeit, Jugendmigrationsdienste. Und ich sage mal so ein herzliches Dankeschön an alle Haushälter, natürlich insbesondere an unsere Haushälter, die Gott sei Dank diese Fehler wieder behoben haben. Und da sage ich ganz deutlich, da können wir auch ein bisschen stolz drauf sein, dass wir für die Jugendverbandsarbeit die 2 Millionen wieder hinbekommen haben, dass wir bei den Jugendmigrationsdiensten gerade in dieser Zeit die Mittel wieder so aufstocken konnten, dass sie richtig ankommen. Sie sehen also, dieser Haushalt lebt davon, dass wir Handlungsräume und Gestaltungsräume haben. Deswegen ist noch mal die Grundsatzfrage dieser Neuverschuldung, die ist bei Ihnen ja nicht so ganz wichtig, für uns zentral. Wenn wir in einer Situation wieder eines Tages kommen sollten, wo wir ja nicht diese wirtschaftliche Stabilität haben, wo wir nicht sozusagen diesen Wachstum haben und die finanziellen Zuflüsse haben, dann brauchen wir und dann müssen wir uns Gestaltungs- und Handlungsspielraum möglicherweise hart erstreiten. Und da sage ich mal ganz deutlich, wir geben Geld aus, wir geben auch gerne Geld aus und möglichst viel auch. Andere müssen das erwirtschaften. Und wir sollten sehr sorgsam überlegen, wie wir das Geld ausgeben. Und deswegen muss man Politik auch ernsthaft gestalten, Herr Wunderlich. Und Ihr Politikverständnis, man macht mal ganz schnell irgendwas, ist nicht unser Politikverständnis. Wir wollen, was wir Familien tun. Wir wollen die Familien stärken. Wir wollen insbesondere die Kinder und Jugendlichen für die Zukunft stärken. Das machen wir auch. Aber wir machen uns auch verantwortungsbewusst. Denn nichts wäre schlimmer, und ich komme noch mal auf den Unterhaltsvorschuss, wenn eines Tages eine richtige und eine wichtige Maßnahme, die wir alle gewollt haben, deshalb nicht bei den Menschen ankommt, weil wir es schlecht vorbereitet haben. Politik lebt auch davon, dass in der Struktur vorbereitet wird. Und ich gehe fest davon aus, dass wir es mit dem Unterhaltsvorschuss auch hinbekommen, weil ja Länder und Kommunen auch ein Interesse haben müssen, dass es den Familien gut geht. Und deshalb bin ich und bleibe ich da großer Hoffnung. Insgesamt kann ich sagen, ist dieses ein toller Haushalt. Und ich kann nur noch mal sagen, vielen, vielen Dank für das Nacharbeiten, dass das gelungen ist, was sozusagen noch vor ein paar Wochen ja auf der Spur war. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank und danke.